Fett ist in, auch bei Fahrrädern. So kommt der Trend der dickbereiften Bikes nun endgültig in Europa an. Das nagelneue KTM Machina Freeze 2015 trägt wohl entscheidend dazu bei, bringt dann auch noch den fetten Bosch Performance E-Antrieb mit. Doch der 26 Zoll Spaßmacher für Stock und Stein sieht fetter aus, als er schwer ist und bringt nur 23,7 Kilogramm auf die Waage. Die Ausstattung glänzt mit hydraulischen Shimano Deore Scheibenbremsen, Shimano XT Shadow Plus 10-Gang-Kettenschaltung, Schwalbe Jumbo Gym, Snake Skin Faltreifen, RockShox Bluetooth-Federgabel mit Remote Lockout und dem Bosch 2015 Center Motor Performance Line samt 400 Wattstunden Akku. Der Bosch Antrieb unterstützt bei Eco 50%, Tour 120%, Sport 190% und bei Turbo umsatte 275%. 25 kmh auch an Steigungen sind da kein Problem. Also jede Menge Spaß auf allen Untergründen. Und dafür sind Fettbikes ja da. 3.200 Euro kostet das Vergnügen. Der Run auf das KTM Machina Freeze ist übrigens beachtlich. Rechtzeitig bestellen ist angesagt.